ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politik-Szene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell und aus der Mitte Berlins und zugeschaltet Anja Mayer, Hauptstadt-Korrespondentin des Fokus. Hallo Anja. Hallo Malte, grüß dich. Anja, in dieser Woche hat es ja, oder in den letzten Tagen hat es ja einer nach ganz vorne geschafft, in den Nachrichten Friedrich Merz, der mal wieder, so sehen es zumindest viele, über das Ziel hinausgeschossen ist mit folgenden Worten. Die Bevölkerung, die werden doch wahnsinnig die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was ist bei dir in Berlin los? SPD und Grüne kommen aus dem Feiern nicht mehr raus, oder? Ja, also die wünschen sich, dass die Union sich unbedingt für Friedrich Merz entscheidet als nächsten Kanzlerkandidaten. Also man muss immer aufpassen, was man sich wünscht, aber es ist wirklich, er hat halt die berühmte Impulskontrolle. Da hat Friedrich Merz einfach ein Problem, zugegeben seine Vorgängerin, Angela Merabwohl, ist ja Quatsch, davor war ja noch, wie heißt der Mann aus NRW, Malte? Armin Laschet. Armin Laschet und davor Annegret Kammer, aber eigentlich die wirklich ewige Vorsitzende war ja Angela Merkel und die war ja bekanntlich sehr schaumgebremst. Man dachte ja immer, toll, wenn wir hier mal jemanden haben, der dann auch mal so einfach mal so frei von der Leber. Im Prinzip ja, schön, aber es ist einfach, das sind so die kleinen Paschas und jetzt sind es die Zähne, die sich gerichtet werden lassen sollen können, angeblich. Friedrich Merz hat einfach so einen Impuls, ich habe darüber heute Morgen beim Zähneputzen nachgedacht, der will einfach Recht haben und das ist, glaube ich, das Problem. Ihm geht es gar nicht um, also es bedarf aus seiner Sicht keines weiteren Erkenntnisgewinns. Er will einfach Recht haben, er will gewinnen und das ist erst mal kein falscher Angang für einen Politiker, aber es ist natürlich weit übers Ziel hinaus in seiner Wortwahl, also wirklich, es spaltet. Ohne es zu sehr zu vertiefen, aber wenn man jetzt mal in das berühmte Twitter oder X, wie das Ding heißt, wo sich vor allen Dingen sehr viele Linke versammelt haben, reinschaut. Und sehr viele Journalistinnen und Journalisten. Exakt, dann gehen ja einige davon aus, der Friedrich macht das noch bis zum 8. Oktober und dann muss er gehen, weil das dann keiner in der CDU mehr aushält mit diesem komischen Explosion. Könnte da was dran sein? Also ich würde mal sagen, so parteitaktisch, also ich glaube, dass er den 8. Oktober gut übersteht, ja. Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen, habe ich ganz vergessen zu sagen. Ja, das sind die Landtagswahlen nächstes Wochenende, Landtagswahlen in Bayern und Hessen, das wird jetzt alles nicht so dramatisch werden für die CDU, denke ich. Und insofern kann er dem relativ entspannt entgegensehen. Das Problem ist, er kriegt halt ganz wenig Unterstützung, also er kommt gerade mal der gesundheitspolitische Sprecher und der ewige Philipp Amthor. Ansonsten ist da nicht viel und man merkt, dass er jetzt langsam in so einen Bereich kommt, innerparteilich, wo die Leute sich ernsthaft fragen, kann der das wirklich? Also sind wir nicht nur eine Stammtischpartei, sondern sind wir eigentlich auch eine Partei der Mitte und das beansprucht eigentlich die CDU für sich. Also wenn du in den Ruch kommst, unseriös zu sein, unseriös zu argumentieren, wenn du sozusagen dein Amt verzwergst, indem du eben auf Stammtisch, also auf niedrige Flughöhe gehst, dann wird es auch schwierig. Also dann sozusagen schrumpft damit auch das Ansehen der ganzen Partei. Und da, glaube ich, wird es jetzt ein bisschen dünn, die Luft für ihn. Also man hört wenig Unterstützung gerade und das ist eigentlich auch gar nicht lustig, weil das Land braucht eigentlich eine gute und breit aufgestellte CDU. Anja, wir zeichnen Freitagvormittag auf und ich bin für diese Aufzeichnung in meinen beschaulichen Lieblingsfreistaat gefahren nach Thüringen, denn der hat in den letzten 14 Tagen ja wieder für reichlich Unruhe gesorgt, auch in Berlin. Da setzt erst hier in Erfurt die CDU gemeinsam mit der AfD eine Steuersenkung durch gegen den erklärten Willen des linken Ministerpräsidenten. Dann war da noch eine Wahl in Nordhausen, wo die AfD eigentlich mit einem klaren Sieg und ihrem ersten Oberbürgermeisterposten gerechnet hatte, aber dann vor allem an den Briefwählern scheiterte. Anja, dieses Thüringen, hat das mal wieder für erhöhten Puls oder eher für erleichtertes Aufatmen in Berlin gesorgt? Naja, also bei dieser Abstimmung oder von der AfD unterstützenden Abstimmung, da würde ich sagen, da ist eigentlich auch gut argumentiert worden hier in Berlin und also erst war der Puls sehr hoch, jetzt würde ich ihn als Mittel einschätzen und bei zweiterem, bei Nordhausen, ja, erleichtertes Aufatmen in Berlin, kann man so sagen. Es geht ja vor allen Dingen um politisch sehr wichtige, möglicherweise sogar zukunftsweisende Fragen. Hat die AfD ihren Zenit erreicht? Das wäre Nordhausen. Und bröckelt die von der CDU-Parteispitze ausgerufene Brandmauer zu den Rechtsaußen, bröckelt sie tatsächlich immer mehr, wenn man schon mal eine scheinbar gemeinsame Steuerpolitik zusammen macht, wie eben hier in Thüringen. Und in Thüringen hat ja schon so manches Mal eine weitreichende Veränderung unseres Landes ihren Anfang genommen. Wir müssen reden und wollen das tun mit dem wohl profundesten Kenner der Thüringer Landespolitik, mit Martin Debes, dem Chefreporter der Thüringer Allgemeinen. Hallo Martin. Hallo Malte. Hallo Anja. Hallo Martin. Grüß dich, schön, dich zu hören. Martin, bevor wir zu Nordhausen kommen, lass uns mal über den großen Aufreger davor reden. Also, dass die CDU-Fraktion im hiesigen Landtag die Stimmen der AfD gerne mitgenommen hat, um die rot-rot-grüne Minderheitsregierung zu einer Steuersenkung zu nötigen. Bahnt sich da tatsächlich eine Öffnung nach rechtsaußen an, also eine irgendwie geartete schwarz-blaue Zusammenarbeit? Na gut, es gibt ja immer eine Binnensicht und eine Außensicht. Und aus der Außensicht war das jetzt eine Premiere, aus der Binnensicht war es keine. Also, die CDU und auch die FDP haben gemeinsam schon ein Gesetz verabschiedet im Thüringer Landtag, lange bevor das Steuergesetz verabschiedet wurde, die Ersenkung der Grunderwerbsteuer. Da ging es um irgendwelche Regeln für Spielhallen. Es gab schon einen Antrag zu Gendern, die haben CDU und FDP, CDU und AfD zusammen verabschiedet. Und wenn man schon dieses von mir nicht gern benutzte Bild der Brandenmauer benutzt, dann könnte man sagen, sie prügelt schon seit langem. Und sie prügelt seit dem Moment, seit die CDU nach der abgesagten Neuwahl, 2021 war das im Bundestagswahlkampf, nach der abgesagten Neuwahl des Thüringer Landtags, den sogenannten Stabilitätspakt mit Rot-Rot-Grün gekündigt hat oder auslaufen lassen hat. Das alles hat ja einen Grund, also diese Ausgangslage, um die nur nochmal klarzumachen, warum Thüringen so besonders ist. Anders als in allen anderen Landtagen und natürlich auch anders als im Bundestag, hat hier in Thüringen die Regierung ja keine Mehrheit. Also Linke, Sozialdemokraten und Grünen fehlen vier Stimmen im Landtag. Die müssen sie sich jedes Mal zusammenklauben bei der CDU oder bei der FDP oder eben bei der AfD. Das macht es überhaupt erst mal zum Problem. Genau. Also wir haben die Einmaligkeit des Konstruktes ist auch international, so würde ich sagen, weil wir haben eine Minderheitsregierung, die keinen Tolerierungspartner hat. Das gibt es wirklich sehr selten. Wenn es denn so ist, auch im Ausland, auch in Skandinavien, dann gibt es wechselnde Mehrheiten. In dem Fall sind aber wechselnde Mehrheiten auch tabu, weil ja die AfD dann eine von dieser wechselnden Mehrheitsvariante wäre. Und da gibt es sowohl in der Bundesrepublik als auch international kaum Vorbilder, wie man damit umzugehen hat. Und dann sind wir ja im föderalen Gebilde. Das heißt, es gibt ja noch eine Bundespartei, die auch Eigeninteressen hat und Beschlüsse gefasst hat, nämlich Abgrenzung gegenüber Links und AfD. Und dadurch wird das alles extrem kompliziert und sehr, sehr schwierig für die CDU. Und noch komplizierter macht es das, weil es könnte ja theoretisch wechselnde Mehrheiten geben. Aber die FDP mit ihrem Vorsitzenden Kemmerich findet ja irgendwie Grüne auch ganz fies. Das heißt, wenn die rot-rot-grüne Mehrheit braucht, suchen sie in der Regel bei der CDU. Das Problem der FDP ist noch absurder, weil die FDP sich komplett raushält. Also im Zweifelsfall hilft sie auch nicht der CDU, sondern sie macht ihr eigenes Spiel. Das war ja schon bei der Wahl von Thomas Kemmerich von der FDP so. 2020 zum Ministerpräsidenten. Genau, weil da hat es ja auch, es ging ja auch gegen erklärten Willen, jedenfalls das da mit dem CDU, Landes- und Fraktionsvorsitzenden, der gesagt hat, mach das bitte nicht, weil du bringst uns, die CDU oder mich selber als Vorsitzender in eine schwierige Situation. Bodo Ramelow als linker Ministerpräsident hat das damals gesagt, ja ist ja toll, wir haben demokratische Konkurrenz. Aber es war auch nur formal, alle wussten, dass Kemmerich damit eine Tür öffnet, die die AfD nutzen kann, wo sie durchmarschieren kann und man hat es dann zwar nicht für Möglichkeiten, dass es funktioniert, aber trotzdem war klar, dass diese Option existiert und es ist dann passiert und das heißt, diese Situation, die wir in Thüringen haben, gibt der AfD immer ganz viele Einfallchancen, das demokratische System für sich zu nutzen und Disruption zu machen. Also fassen wir zusammen, wir haben eine wirklich einmalige Ausgangslage, wir haben eine rot-rot-grüne Regierung, die, wenn ich deine Berichte, auch die der Kollegen lese, eigentlich ihren Zenit überschritten hat, so richtig lieb haben die sich auch nicht mehr, aber sie regieren irgendwie noch zusammen. Dann haben wir eine FDP, die sich komplett raushält, dann haben wir eine CDU, die immer mal wieder für eine Mehrheit gebraucht wird, aber auch nicht eine rot-rot-grüne Regierung, wie man jetzt bei dieser Steuersenkung sieht, die bewusst auf die CDU zugeht, sie einbindet, sagt, wir geben euch was, ihr gebt uns was. Warum reden die nicht einfach mal alle normal miteinander? Ich glaube daran krank, das System sowieso, oder das Grundproblem hatten wir jetzt seit der Landtagswahl 2019, dass es überhaupt zu dieser Wahl von Thomas Kemmerich kam, hat ja damit zu tun gehabt, dass die Sprachfähigkeit zwischen den anderen Parteien außer der AfD nicht gewährleistet war. Das heißt, natürlich sind sie politische Wettbewerber und auch politische Gegner, das ist auch in Ordnung, so davon lebt ja die Parteiendemokratie. Aber natürlich, wenn es dann ein, wie soll ich sagen, wenn man das mal qualitativ unterscheiden will, einen Feind gibt, nämlich die AfD, muss man nicht die Gegnerschaft überdenken und weglassen, sondern da muss man sagen, okay, was machen wir da? Die alten Regeln gelten nicht mehr, versuchen wir neue zu finden. Das war dann, nach dem Schock von dieser Kemmerich-Wahl, dann dieser Stabilitätspakt. Der war ein Konstrukt, wie man damit umgeht, nämlich, dass die AfD der Kernmoment dieses Stabilitätspakt war, wir lassen nichts in den Landtag auf die Tagesordnung, was nicht vorher in den Ausschüssen oder in anderen Gesprächen geeint ist. Und damit hat die AfD nicht die Möglichkeit gehabt, für wechselnde Mehrheiten zu sorgen. Und das ist eben aufgekündigt worden. Wie gesagt, das ist ein Notkonstrukt und das widerspricht eigentlich natürlich dem politischen Wettbewerb von Opposition und Regierung. Aber wir haben nun mal diese Struktur. Und man hätte das, finde ich, irgendwie perpetuieren müssen bis zu einem Punkt, wo dann wieder der offene Wahlkampf erklärt wird und man sagt, man kämpft um Mehrheiten. Und das war der Fehler. Das kann man alles parteipolitisch und statisch begründen, aus der eigenen Logik heraus. Aber das hat uns in die Situation geführt. Anja, wenn man von außen darauf schaut, dann denkt man sich ja, naja, also ich meine, das kann weder dem Willy-Brandt-Haus noch dem Konrad-Adenauer-Haus, also der CDU-Parteispitze, gefallen, noch, das heißt, glaube ich, jetzt das Hans-Dietrich-Genscher-Haus, also bei der FDP. Warum greifen die nicht einfach durch, rufen mal hier in Erfurt an und erklären den Herrschaften kurzerhand, dass es so nicht funktioniert? Also bei der CDU kann ich das ganz, glaube ich, ganz gut erklären. Also da hat man ja gesehen, als damals, als ist ja Angered Kramp-Karrenbauer damals nach Erfurt gefahren und hat da quasi bei ihrer eigenen Landespartei vor, also ich weiß nicht, vor verschlossenen Türen, Martin, du warst wahrscheinlich dabei, aber. Sie war drinnen und ist tot aufgelaufen, ja. Genau, total aufgelaufen und seitdem sagt man, naja, die ticken jetzt irgendwie anders da und es tut uns überhaupt nicht gut, wenn wir uns als Bundespartei da irgendwie dazwischen klemmen. Das hat aber zur Folge, also auch hier, wer weiß, muss man aufpassen, was man sich wünscht, ja, dass es tatsächlich so ist, dass die Bundes-CDU sich in einer Weise raushält, die dazu führt, dass zum Beispiel der Vorsitzende Friedrich Merz da quasi, also die sind alle nett zu dem, wenn der kommt, aber so richtig ernst nimmt den keiner mehr, ja. Also die sagen sich halt, wir machen, was wir wollen und das wird dann eben auch so wiedergespiegelt in den Sitzungen hier in Berlin im Konrad-Adenauer-Haus und noch zur FDP. Da ist ja so, dass die Bundes-FDP, die Landes-FDP auch gar nicht unterstützt im Wahlkampf. Also das ist sozusagen extraterrestrisch, was natürlich im Hinblick auf das Landtagswahljahr 2024 gar nicht gut ist. Also auch da, um Martin, um mal auf deine Sprechfähigkeit einzugehen, ja, sind die Drähte sehr dünn und teilweise sogar gekappt. Also das ist keine gute Lage, in der das Verhältnis der Bundespartei zu diesen Landesparteien ist, ja. Also wir reden ja immer nur über die CDU und wie sprechfähig und sprachfähig und wie blöd oder nicht blöd die CDU ist. Ich meine, natürlich ist es so, dass diese Problematik auch beide Seiten betrifft in dem Fall. Rot-Rot-Grün hat es nicht geschafft, irgendwann mal wirklich innerlich zu verstehen, dass sie keine Mehrheit hat. Also das meine ich da vor allem die Linkspartei. Also natürlich, intellektuell haben sie verstanden, sie brauchen vier Stimmen, aber irgendwie sind sie dann der Meinung, die müssen jetzt kommen. Das ist immer der Druck auf die CDU und sich in die Lage der anderen rein zu versetzen, die Opposition sind. Und eigentlich normalerweise, nach Opposition hat das ja auch noch was Schönes. Also Opposition ist Mist, wie Franz Münteferien gesagt hat, aber macht natürlich auch frei, weil man einfach dagegen sein kann. Und das kann die CDU nicht. Sie muss dann immer ständig dafür sein, als Opposition. Das bringt sie natürlich eine gewisse kognitive Dissonanz. Und wie will sie sich nach draußen verkaufen? Und dieses Dilemma zu akzeptieren und dann der CDU da und dort etwas zu geben, gerade ein Jahr vor der Landtagswahl, das ist eben irgendwie Rot-Rot-Grün auch nicht gegeben. Und gerade bei dieser Steuergeschichte kann man ja so oder so sehen, es kostet Geld, aber man hätte sich auf die sächsische Lösung, also in dem Fall war es von 6,5 auf 5 Prozent Senkung Grunderwerbsteuer, man auf Sachsen hat 5,5 Prozent. Man hätte sich ja irgendwo einigen können in der Mitte, aber dieses Angebot gab es auch von Rot-Rot-Grün nicht wirklich formal richtig. Gab es also wirklich nicht, weil es gibt ja immer so zwei Erzählungen. Das eine ist irgendwie, niemand hat mit uns geredet, CDU. Wir haben mit euch geredet, aber ihr wart zu voreilig, Linke. Also es ist völlig klar, es gab ein Gespräch vor der Sommerpause, da wurde der CDU gesagt, ja wir können über alles mögliche reden, aber erst im Namen der Haushaltsverhandlungen, da wusste die CDU natürlich, was dann passiert. Dann heißt es nämlich, es gibt kein Geld und das geht dann irgendwie unter in dem allgemeinen Großdeal über den Haushalt. Also sie wollten diesen Wanderpokal haben für den Landtag, für den Landtagswahlkampf und sie wollten auch eine Steuersenkung und wollten nicht irgendein Familiengedönsprogramm, was dann Roto Ramelow durch die Gegend läuft und sagt, was hat er alles für ein Schönes gemacht hat, mithilfe von Prof. Dr. Vogt von der CDU. So, das heißt, sie wollten was haben und als es dann im Haushaltsausschuss verabschiedet war mit CDU, AfD-Stimmen, dann hätte man ja, das waren noch vier Tage Zeit oder fast eine Woche Zeit bis zur Landtagsabstimmung, dann hätte man miteinander ins Gespräch kommen müssen und es hätte auch von Roto Ramelow ausgehen müssen und das halte ich für, ja, für eine Führungsproblematik. Und da sind wir jetzt genau an der Stelle bei dem Dilemma, das der schon beschriebene Prof. Dr. Mario Vogt eben hat, der CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende. Der weist jede Schuld von sich. Er sagt, die AfD hat ja nur einem Antrag von uns zugestimmt und bei Harter Barfeher am Montagabend in der ARD hat er es so formuliert. Da können wir jetzt mal reinhören, weil das, finde ich, ein sehr gewichtiges Argument ist. Also, Mario Vogt, CDU-Parteivorsitzender Thüringen, zeigt auf den schräg gegenüber sitzenden Tino Chrupalla den Parteichef der AfD. Ich werde mit der AfD nie zusammenarbeiten. Ich habe mit Björn Höcker noch nie ein Gespräch geführt, weil ich die für rechtsextrem halte. Und wenn Demokraten abgesprochen wird, dass sie aus inhaltlichen Zielen heraus das Beste für ihr Land suchen, dann, finde ich, machen sie genau das Geschäft von denen da drüben, weil sie nämlich zulassen, dass die darüber entscheiden, welche Themen man diskutieren darf oder nicht. Und ich glaube, das ist das Gefährliche an unserer Demokratie, dass wir nämlich zulassen, dass Extremisten darüber bestimmen, welche Themen öffentlich angesprochen werden können. Anja, hat er damit denn nicht einen Punkt? Weil wenn er jedes Mal schauen muss, was immer er einbringt, dass Bodo Ramelow ihm quasi den Segen gibt, dass er auch zustimmt, dann kommt er ja in Teufelsküche und kann ja gar nichts mehr machen. Dann ist er ja wirklich eine Geisel von Rot-Rot-Grün. Ja, ja, das sehe ich auch. Und man muss auch sagen, dass Mario Vogt, also der kann die Dinge einfach gut erklären. Was ich, also was man so merkt, ist, dass Thüringen quasi so ein bisschen wie so eine Fingerübung ist bundespolitisch, ja. Also dass hier die Bundespolitik oder die Bundespartei, CDU, so ein bisschen mal guckt, was geht hier, was geht hier nicht? Also wie kommt das vor allem in der Öffentlichkeit an, also mit Sicht auf die Wahlen im nächsten Jahr? Und ich finde ganz erstaunlich, also wir haben vom Fokus-Magazin so eine Umfrage machen lassen dazu und das Ergebnis war, 51 Prozent der Befragten finden es richtig, wenn Parteien einen eigenen Gesetzesvorschlag auch dann weiterverfolgen, wenn der eben nur mit den Stimmen der AfD durchgesetzt werden kann. Also 35 Prozent finden es falsch und der Rest ist unentschieden. Aber man sieht, da verändert sich was in der Wahrnehmung. Also ich habe auch immer ein bisschen Problem wie Martin mit dem Wort Brandmauer, das ist total abgenutzt, ja. Aber das, da erreicht die AfD was. Und wenn ich nochmal ganz kurz auf diese Sendung, aus der du gerade den O-Ton eingespielt hast, zurückkommen darf, da sollte es ja eigentlich um die Unterschiede zwischen Ost und West gehen. Und am Ende haben alle nur sehr engagiert, sehr interessant, aber eigentlich nur über die AfD diskutiert. Was auch aus Thüringen ja immer zurückschallt, ist ja auch eine ganz besondere Stimmung in diesem Land, weil du sagst, man testet auch immer mal so ein bisschen, ob das funktionieren kann oder nicht. Wir haben in diesem Bundesland ja mehrere Kreisverbände, Teile des Landes, zum Beispiel im Südwesten, die dann Hans-Georg Maaßen, den früheren und sehr umstrittenen Verfassungsschutzchef, mal bei der Bundestagswahl aufgestellt haben. Dann gibt es auch in anderen Teilen auf dem Land sehr renitente Menschen. Unter anderem die Landrätin von Greiz, die ist glaube ich seit der Wende Landrätin, hört jetzt auch auf, Martina Schweinsburg. Und die hat über die berühmte Brandmauer der CDU nach rechts außen den Kollegen vom ZDF das folgende gesagt. Dieser Beschluss ist überflüssig wie der Schmutz zu Ostern. Und sie werden keine klare Definition für so etwas finden. Das Konrad-Adenauer-Haus sollte sich tunlichst zurückhalten, wie die ehemalige SED-Parteileitung in Berlin, die Doktrin vorzugeben, was man denken und zu fühlen und zu tun und zu lassen hat. Martin, spricht da Frau Schweinsburg eine Mehrheitsmeinung in diesem Land aus, dass man sich ein bisschen vorkommt wie die ehemalige SED-Parteileitung, wenn solche Ansagen gemacht werden? Also Frau Schweinsburg ist ein sehr eigenwilliger Mensch mit eigenwilligen Ansichten. Ich finde es tatsächlich manchmal interessant, wie sie formuliert, im Sinne von, das ist auch eine Stimme, die im Diskurs bereichert, wirklich tatsächlich, also in ihrer Art und Weise. Aber ich muss sagen, das ist mir wirklich einfach völlig zu platt. Und es ist mir auch so, es ist ja nicht mehr populistisch, sondern es ist wirklich, und es ist auch nicht mehr nur noch Stammtisch, sondern es ist schon noch eine Flughöhe, wie das Anja vorhin gesagt hat, drunter. Ich finde interessanter, was Mario Vogt gesagt hat und wo Anja gesagt hat, das ist ja ein logisches Argument. Das ist ein total logisches Argument, weil es ist völlig klar, das hat Olaf Scholz im Interview mit der freundlichen Thüringer Allgemeine auch mal so gesagt, nach dem Motto, das ist ja keine Zusammenarbeit, wenn man selber was einbringt und dann stimmen die anderen mit. Das ist aber genau das Grundproblem, was wir ja in Thüringen haben. Das war ja auch bei der Kemmerich-Wahl so, da hat ja nur jemand mitgestimmt. Und wie Hans-Georg Maaßen vor der Kemmerich-Wahl schon sagte, ist doch egal, wer uns wählt, das kann uns doch schnurz sein. Das sind alles diese Diskussionen, die auf dieser normalen Ebene mit Mehrheiten stattfinden. Also immer, wenn man sagt, und wo dann man nicht eine Partei hat im Spiel, die teilweise rechtsextremistisch ist. Also diese Argumente haben eine Binnenlogik. Und sie klingen total logisch und sind auch richtig. Aber wenn man dazu sagt, und das muss man, was Mario Vogt halt weglässt, ist natürlich macht der Agenda-Setting und die AfD stimmt nur zu, da kann er ja nicht wissen. Aber die AfD hat 2018 und 2022 exakt denselben Antrag eingebracht. Da war noch nicht dieses Familienbonus-Ding dran, als Schleife drumrum, aber es war dieselbe Steuersenkung. Man hat also gewusst, dass die AfD zustimmen wird. Man hat die Stimmen kalkuliert, eingeplant. Das steckt ja dahinter. Und das lässt er halt weg bei der Sache und kann er machen, wenn er die Leute außen irgendwie veräppeln will. Aber im Grunde genommen hat er einen AfD-Antrag genommen, hat ihn nochmal neu eingebracht, wie Olaf Scholz das quasi auch sogar vorgeschlagen hat für die Kommunalparlamente. Und um etwas durchzusetzen gegen Rot-Rot-Grün. Und ich will nicht sagen, dass das falsch ist per se. Es ist demokratisch, auf jeden Fall. Und es ist vielleicht auch nicht falsch und aus der Logik der CDU heraus, dass sie sich profilieren will auch. Aber es ist ein hochgradig gefährliches Spiel. Weil was machst du? Du arbeitest nicht mit der AfD zusammen, du stimmst nur mit ihr zusammen ab. Und zwar gezielt. Du musst mit ihm gar nicht mit Björn Höcke sprechen. Du stimmst. Du gestaltest mit ihm Politik in Thüringen. Du gibst der AfD Gestaltungsmacht. Und das machst du automatisch, ob du das willst oder nicht. Und in dem Fall will er, er will für sich. Aber als der Kollateralschaden ist oder der Nebeneffekt ist, die Nebenwirkung ist, die AfD gewinnt auch. Und kann das Thema, übrigens Chrupalla, stand in Nordhausen, kommen wir vielleicht auch noch ganz kurz zu, im Nordhausen auf dem Rathausplatz und hat gesagt, endlich haben wir was durchgesetzt, was wir versprochen haben. In den Kommunen haben wir es ja zum Teil schon durch. Diese Diskussion, wer stimmt mit wem ab, da haben die Kollegen vom MDR Magazin exakt einfach mal alle Kreise in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen abgefragt, wo es schon Mehrheiten für AfD-Anträge gegeben hat. Es hat in fast, oder ich glaube, zwei Drittel der Kreise hat es schon Mehrheiten für AfD-Anträge gegeben. Die SPD hat mal geholfen, mal haben die Linken geholfen. In der Mehrheit war es aber immer die CDU, die zur Mehrheit verholfen hat, aber eben nicht nur. Und das ist ja das Entscheidende, weil sich die Parteien links der Mitte ja immer sehr gerne moralisch erheben. Hören wir doch einfach mal Uwe Schlammer, den Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei, im Kreistag von Sonneberg. Sonneberg ist der kleine beschauliche Kreis, in dem die AfD zum ersten Mal in Deutschland einen Landrat gestellt hat. Und auch Herr Schlammer hat schon für Anträge der AfD gestimmt und er begründet das wie folgt. Bei den Anträgen, die sie durchgekommen hat, handelt es sich im Wesentlichen um solche, ja, ich sage immer gern, so Schlaglochbeschlüsse. Wo also die AfD sagt, wir haben ja ein Schlagloch entdeckt, das ist 20 Zentimeter tief und das müssen wir jetzt so zumachen. Und da können sich die anderen Parteien nun mal schlecht hinstellen auf kommunaler Ebene und sagen, nein, das Schlagloch bleibt offen. Anja, kann ich da was gegen haben, wenn die AfD ein 20 Zentimeter tiefes Schlagloch findet? Also ich würde mal sagen, dieses Schlagloch ist für alle da. Und das Schlagloch könnte genauso gut die Linke zum Beispiel entdecken und den entsprechenden Antrag einbringen. Ich finde es ein bisschen, also wenn ich da so zuhöre, denke ich so, naja gut. Also da muss ich mich nicht wundern als Linke, wenn die Leute sagen, wenn die Linke das so in Ordnung findet, dann brauche ich die auch nicht wählen. Dann nehme ich doch direkt die, die die tollen Anträge einbringen. Also finde ich ein bisschen, ja, also ich will jetzt nicht sagen faul, aber so, also da muss man sich halt kümmern. Also da muss man das halt machen, politisch. Dafür ist man ja eben in diesen Parlamenten drin, um diese, und auch um mal zu scheitern. Ja, also man kann ja nicht einfach sagen, wir hören jetzt mal auf, unsere Politik zu betreiben, weil wir kommen eh nicht durch oder so. Dann können wir auch zumachen. Dann machen wir einfach, stellen wir einfach einen Landrat oben hin und der macht dann alles alleine. Martin, vor einem guten halben Jahr habe ich hier mit Matthias Hey gestanden, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Thüringer Landtag. Das Gespräch gibt es wie alle unsere Sendungen werbefrei in der App der ARD Audiothek. Und in dieser Wahlkreis Ostfolge, in der schwerpunktmäßig um den Krieg in der Ukraine ging, sagte Hey genau das Gleiche. Da hatte kurz vorher SPD-Stadträte mitgeholfen, einen linken Oberbürgermeister in Hildburghausen abzuwählen. Da sagte der auf so eine Frage, wenn die AfD Schlaglöcher findet, unser Job ist, die Schlaglöcher quasi zuerst zu finden. Wir müssen den Antrag zuerst einbringen oder wenn die AfD den Antrag einbringt, wir müssen quasi eine Minute schneller den Zettel auf den Tisch legen. Kommt man damit durch? Also da merken doch Leute einfach, dass da nur was abgekupfert wird, damit ein anderer Name drüber steht. Man merkt an der Stelle, dass das Spiel mit der AfD läuft wie beim Hase und Igel. Wir diskutieren darüber, wer wann wo mitstimmt, wer wann wo was einbringt. Gilt es für welche Ebene es gilt, für kommunale Ebene oder für parlamentarische Ebene, ob möglicherweise die AfD dort weniger extrem ist als dort. oder ich glaube, eine Grunderkenntnis wäre doch erstmal, dass man erstmal die Dilemma, in der sich dieses System dann durch befindet, dass eine teilweise rexistremistische Partei immer stärker wird. Wir kommen ja hier in Thüringen möglicherweise auch in Sachsen oder in Brandenburg und das Problem, dass die AfD eine Sperrminiatät im nächsten Landtagen haben wird, indem sie ein Drittel der Sitze besetzt und dann Verfassungsänderungen, aber auch wichtige Wahlen nicht mehr möglich sein werden ohne die AfD. Dann ist der Hase, nein der Igel, Entschuldigung, in dem Fall wieder schneller da gewesen. Das heißt, man muss sich erstmal grundhaft darüber verständigen, dass alle da in einem Problem ist, dass das Gesamtsystem in einem Problem ist und dass diese ständige gegenseitige Diffamierung, die da auch stattfindet, ihr seid, ihr habt in den Faschisten zusammengearbeitet und ihr habt es ja auch gemacht und jetzt habt ihr wieder, also diese ständigen Dampfrohre und Brandmauern, was auch immer Diskussionen, die sind alle nicht falsch und haben alle ihre Argumentationsketten, aber man müsste erstmal grundhaft sich hinsetzen und sagen, wir gegen die. Und zwar nicht jetzt gemeinsam als nationale Front und als Allianz, sondern einfach schauen, hier wird was bedroht und wie gehen wir damit um. Da gibt es jetzt Extremgeschichte, natürlich, die ich glaube ich nicht praktikabel ist, Verbot der AfD, aber es gibt natürlich auch trotzdem Mechanismen, wo man sagen kann, wie gehen wir miteinander um und da heißt es erstmal wirklich ins Gespräch kommen. Das halte ich für total wichtig. Aber Gegenfrage, ist das nicht dann so, wenn, das haben wir ja zum Beispiel bei der Wahl in Sonneberg gesehen, wenn sozusagen dieses Wir gegen die, ja, dann ist ja sofort auch die AfD in so einer Opferposition. Also nutzt das eben aus als Erzählung. Deswegen sage ich ja nicht nationale Front, nicht eine Einheitsallianz gegen die AfD, sondern einfach darüber reden, dass alle in diesem, also anerkennen erstmal, in Thüringen jetzt mal Parlament, anerkennen von Rot-Rot-Grün, dass die CDU in diesem Dilemma steckt. Anerkennen von der CDU, dass das Land regiert werden muss, dass die Regierung vier Stimmen benötigt. Das gab es ja schon mal und dann wurde sich wieder wegbewegt aus parteipolitischen und natürlich total nachvollziehbaren Überlegungen heraus, dass man, noch einmal, dass man nicht, dass man sich zusammensetzt und sagt, wir bilden eine Allianz für Thüringen oder Allianz für Deutschland gegen die AfD oder was auch immer, sondern dass man erstmal sagt, hier gibt es eine Bedrohung von außen, wie gehen wir damit um, wir reden miteinander. Wir reden einfach nur miteinander und wir verhetzen uns nicht gegenseitig. Man muss sich ja nur den heute veröffentlichten Deutschland-Trend von Infratest-DiMAP angucken. Die Kollegen haben ja mal ganz gezielt auch Fragen Richtung rechtsaußen gestellt, also wie rechts ist inzwischen die deutsche Bevölkerung. Dabei kam raus, die AfD steht bei etwas über 20 Prozent, aber wenn man in die Tiefe geht, dann gruppiert man gerade mal die Hälfte als wirklich rechts oder rechtsaußen ein. Und wenn man sich die weiteren Daten anguckt, Vertrauen in die Demokratie, Demokratie, wie sie im Moment funktioniert, Vertrauen in die Lösungskompetenz der etablierten Parteien, die sind ja, also die Balken sind ja extrem klein geworden, die überhaupt noch da sind. Anja, da müsste doch eigentlich in den Parteizentralen, also da reichten ja schon gar nicht mehr die Alarmglocken, die schrillen müssten. Da fällt mir jetzt gar kein Bild mehr dazu ein, was da alles schon laut vor sich hin klingen müsste. Aber warum passiert nichts? Ja, ich glaube, weil die ungefähr so schlau sind wie wir jetzt, wie wir drei jetzt gerade. Also die, natürlich, das sind Fragen, die hier sämtlichen Politikerinnen und Politikern gestellt werden. Was habt ihr vor? Also wie wollt ihr das lösen? Und man sieht ja, dass es tatsächlich, also ich komme nochmal auf diese Hart-aber-fair-Sendung zurück, da hat ja im Grunde, wurde da das Geschäft der AfD betrieben. Also man hat sich sozusagen gegenseitig bezichtigt, besonders gut mit denen zusammenzuarbeiten. Und der Vorsitzende, Parteivorsitzende Tino Chrupalla, der ja auch da war, konnte sich, also man hat es auch sogar gesehen, einfach lächeln und schweigen. Das ist der eine Impuls. Und was ich manchmal sehe, was ich sehr beunruhigend finde, ist, die Bundespolitik ist ja schon vor allem durch westdeutschsozialisierte Politikerinnen und Politiker repräsentiert, dass das manchmal so ein bisschen wie so ein, ja so Lost Country, also so da, da kann man, da kannst du nichts machen, die sind da irgendwie, die sind da komisch, ich weiß nicht so, dann lassen wir das mal so. Ich sehe das anders, ich sehe das, dass es, dass die AfD, die hat einen Plan und die kommt über den Osten, also die sammelt sich dort, sammelt auch die Stimmen und die Zustimmungswerte im Westen, die sind ja auch nicht, nicht ohne, ja da wird jetzt bloß nicht so, so ganz genau hingeschaut gerade, weil es eben tatsächlich so ist, dass bei den drei Landtagswahlen 2024, die, ja, die demokratischen, also jetzt im Moment, regierenden demokratischen Parteien in ihrer Handlungsfähigkeit bedroht sind. Ich meine, womit ja die AfD kommt, das kann man ja auch wieder sehr schön in diesem Thüringen sehen, in dem Wahlkampf in Nordhausen, hochinteressant, zum großen Finale hatte der AfD-Kandidat Jörg Profet, neben Tino Chrupalla, haben wir eben schon mal gehört, auch den Spitzenkandidaten zur Europawahl, den Sachsen-Maximilian Krah, nach Nordhausen geholt und der ließ dann doch schon ziemlich die Tiefblicken. In seiner Rede machte Krah auch einen Schwenk zum Zweiten Weltkrieg. Auf dem Stadtgebiet von Nordhausen lag ja damals das KZ Mittelbau Dora. Unter unmenschlichen Bedingungen ließen die Nazis da in Stollen, die in die Harzer Berge gerammt wurden, in diesen Stollen ließen sie eben von KZ-Insassen die Raketen V1 und V2 bauen, die sogenannten Vergeltungswaffen. Und AfD-Europaspitzendenkandidat Krah erwähnte also in seiner Rede mit keinem Wort dieses KZ und die Taten der Nazis, sondern kam auf einen Luftangriff auf Nordhausen im April 1945 zu sprechen. Das hier war eine der schönsten Fachwerkstädte Europas. Und dann ist ja kurz vor Toreschluss ist diese Stadt im Feuerhagel vernichtet worden. Einer der schlimmsten Angriffe, die es gibt. Die selben Leute, die euch verbieten wollen, dem zu bedenken, die auf die Gräber der damaligen Opfer spucken und meinen, dass die Frauen und Kinder, die hier verbrannt sind, irgendwie Kriminelle gewesen sind. Nein, unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Martin, du warst bei dieser Rede neben dem Nordhäuser Rathaus ja da. Also welchen Eindruck hat denn diese Rede auf das Publikum gemacht? Hört man da einfach weg? Nimmt man das so hin? Oder sieht man sich selbst lieber als Opfer? Also ich glaube nicht, dass Krah besonders gut angekommen ist im Sinne von, dass er jetzt Beifallsstürme hervorgerufen hat. Man hat geklatscht, man war höflich. Der Krah ist ja ein merkwürdiger Typ, sogar innerhalb der AfD, sehr schillernd und verliebt sich ja in seine Formulierung, die ja, ich weiß nicht, ob das Wort Demagogie dann noch angemessen ist, was er da gesagt hat. Da waren ja so viele Überspitzungen und auch Falschbehauptungen drin. Wer spückt denn eigentlich genau auf die Gräber jetzt und wer sind denn genau die? Also es wird so viel Demagogie und Diffamierung im einen Satz betrieben und dann natürlich durch die Weglassung, da habe ich ihn ja danach auch gefragt, hat er gesagt, ach ja, das hat er jetzt vergessen, das nimmt er mal mit als Kritik und so. Also es ist natürlich Quatsch, also er hat überhaupt nichts vergessen, sondern das ist natürlich, das ordnet sich ein in seine TikTok-Videos, wo er erzählt, unsere Großväter waren was ganz Tolles, ihr müsst stolz auf sie sein, also an die Jugend gerichtet. Lasst euch ja nicht einreden, dass sie Verbrecher waren. Da zeigt sich halt dieses gesamte, das alte geschichtsreflexionistische Bild, was seit 30, 40 Jahren, auch schon in den 80er Jahren, glaube ich, überwunden galt, wieder in aller Pracht. Aber ist das die wahre Seele der AfD oder ist es nur ein Teil der AfD? Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Teil der Höcke-AfD. Also Höckes Mission ist das von Anfang an gewesen. Das ist, glaube ich, auch der Ursprung übrigens von Höckes Mission. Also wenn man seine frühen Texte liest, seine frühen Reden, wenn man auch die Landdorf-Ladig-Texte, die ihm ja zugeschrieben werden, zu Recht liest, also unter Pseudonym in den NPD-Berland veröffentlichte Texte und wenn man vor allem die Rede hört, die er 2017 gehalten hat in Dresden bei der Jungen einer Native im Baulhaus in Dresden, wo er die 180-prozentige, Quatsch, ja, Gradwende, 180-Gradwende, erinnerungspolitische Wende gefordert hat, das ist ja genau das, was Gra hier verkündet und insofern ist das auf der Linie von Höcke und auch von Kubitschek, also kurz Kubitschek in diesem Sinktank in Schnellroda in Sachsen-Anhalt. Tja Martin, was machen wir denn jetzt mit dieser AfD? Das war ja genau die Frage, die wir eben hatten. Also die Bedrohung in Bedrohung in dem Sinne in Landtagen, dass da Leute was mit zu sagen bekommen, indem sie Einfluss auf Haushalte nehmen können, wie im Beispiel eben der Steuersenkung und auf der anderen Seite die Schlagloch-AfD, die dann die Schlauglöcher misst und zugleistern lässt. Also ich glaube, man muss erst mal das zur Kenntnis nehmen. Man kann jetzt nicht sagen, man muss erst mal überhaupt grundhaft zur Kenntnis nehmen, dass diese AfD existiert und so weit nicht wieder weggeht. Das heißt, dann muss man sagen, wenn man das gemacht hat, das machen viele glaube ich gar nicht. Die sagen, irgendwann geht das wieder und wir müssen bloß irgendwas tun und entweder man muss sie wegvereinnahmen, wir müssen sie wegkämpfen, wir müssen sie wegignorieren. Das funktioniert alles nicht. Also man muss sie zur Kenntnis nehmen, sie ist da. Und dann muss man überlegen, wie man mit ihr umgeht und dann eben nicht nur mit den alten Regeln. Es gibt nur die Regeln, die wir haben, aber nicht mit diesen alten Regeln des politischen Wettbewerbs, der immer so funktioniert hat, wie er funktioniert hat. Genauso wie die Mehrheiten immer so funktioniert haben, wie sie funktioniert haben, aber dann in Thüringen nicht mehr. Und ich glaube tatsächlich, dass es nichts bringt, nur in den antifaschistischen Widerstandskampf zu ziehen und alles sagen, alles sind Nazis, die in der AfD sind und die Wähler auch noch. Also das funktioniert nicht, genauso wie es nicht funktioniert, wie die CDU. Was die CDU jetzt macht, zu sagen, wir nehmen die Themen von denen einfach weg. Das hieß früher mal, bevor es MeToo gab, in MeToo-Politics, also sozusagen, dann sind die weg, weil wir ja für die die Steuersenkung machen oder weil wir jetzt die Migranten nicht reinlassen. Das wäre Friedrich Merz mit den Zahnärzen. Das ist im Prinzip der Merzkurs und der Olaf-Scholz-Kurs ist ja die, das ist eine schlechte Laune-Partei, die warten wir jetzt einfach aus. Wenn dann irgendwie der Wohlstand wieder steigt und wenn, ach mal, das ist natürlich jetzt sehr verkürzt, aber ich glaube schon, dass das so eine Strategie ist nach dem Motto, ich will nicht über die reden, wir machen die ja nur wichtig, was auch tatsächlich nicht ganz falsch ist, natürlich, weil wir jetzt, ich weiß gar nicht, Malte, wie viele Sendungen du in den letzten Jahren nur fast ausschließlich zur AfD gemacht hast, zu einer Partei, die ja nur zur Zeit noch, also wenn man jetzt die Umfrage mal weglässt, mit 10 Prozent im Bundestag sitzt und in einigen Landtagen in Ostdeutschland mit 20 Prozent plus, aber ansonsten ja eigentlich eine Partei ist, die nirgendwo Verantwortung trägt und die überall die Minderheit darstellt. Also ich glaube, dass es tatsächlich Sinn macht, die AfD quasi bei ihren Inhalten zu holen. Und ich hatte vor zwei Wochen so ein ganz gutes Erlebnis, da war ich bei mir in Brandenburg, da war mein Ministerpräsident, Herr Woltke von der SPD und hat so ein, die fangen jetzt schon an, so durchs Land zu reisen, das heißt dann zur Sache Brandenburg, da sind auch mehrere Ministerinnen und Minister dabei und das ist jetzt auch nicht nur von der SPD und da stand dann jemand auf von der AfD und sagte, ich bin hier, ich vertrete hier 80.000 Mitglieder, wann wollen Sie uns denn mal zur Kenntnis nehmen? Wir sind keine Faschisten und so das ganze Programm, ja. Und dann hat Dietmar Woltke sich das alles zu Ende angehört und hat jetzt nicht gesagt, aber ganz genau seid ihr das und diesmal den Verfassungsschutzbericht, sondern der hat einfach drei Beispiele aufgezählt mit Anträgen der AfD gegen Kita-Freibeträge, es ging glaube ich noch um Schulessen, also um sozialpolitische Projekte Projekte der Landesregierung und dann habe ich schon so gedacht, na, ob das so gut ankommt hier, so dieses Abwehr, aber nein, gerade diese faktische Argumentation, die ist sehr gut angekommen, ja. Also der hat gerade an dieser Stelle sehr lang, also ausdrücklich langen Applaus geerntet. Das fand ich ganz interessant, weil inzwischen weiß man ja schon gar nicht mehr, mit wem sitzt man denn in so einer Veranstaltung, was denken denn die Leute, ja. Also die demokratische Mehrheit muss man ja gar nicht mehr so als gegeben ansehen und insofern fand ich das, ja, daran kann man sich glaube ich ein bisschen ein Beispiel nehmen, das hat er echt gut gemacht. Einfach ruhig bleiben, anhören, würdigen, aber gute Gegenargumente und zwar sachliche. Also einfach das, was die Leute tatsächlich in ihrem Leben betrifft, damit argumentieren. Und das fand ich, ja, vielleicht ist das eine Idee für die Politik, für das politische Tagesgeschäft. Also die Debatte haben wir ja seit zehn Jahren, die AfD inhaltlich stellen und ich gebe dir recht, es funktioniert da an der Stelle, wo die AfD inhaltlich zu stellen ist, aber wenn sie natürlich an den Teilen, wo sie extremistisch ist, in den Teilen, wo sie, was auch nicht im Programm steht, das, was sie in den Reden gesagt wird. Du kannst zum Beispiel nicht inhaltlich Herrn Höcke stellen, wenn er eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert. Dann kannst du nur sagen, das ist, das wollen wir nicht, also da bin ich dagegen, aber das ist, das heißt also, das stimmt, ja, aber ich glaube auch, dass dieses inhaltlich Stellenargument er immer wieder auch sich an der AfD arbeitet, dass man sagt, man nimmt die AfD als politischen Partner oder Gegner auch inhaltlich ernst. Das ist also, man wählt sie damit auch wieder auf. Also man findet sich wieder in einem Dilemma und ich glaube, man muss sozusagen gelassen bleiben, einerseits, also nicht ein bisschen Olaf Scholz, man muss einerseits die Themen übernehmen, also ein bisschen Friedrich Merz, man muss also gucken, wo ist die Zustimmung der AfD auch wirklich ein Zeichen dafür, dass in der Demokratie, was passiert, dass hier Leute nicht mitgenommen werden und man muss natürlich ganz klar an der Stelle, wo die AfD extremistisch ist, Widerstand leisten, tatsächlich als demokratische Gesellschaft, also auch sich abgrenzen und nicht mit ihnen zusammenarbeiten und unterm Strich muss einfach das eigene Angebot besser werden. Man muss einfach bessere Politik machen, das klingt jetzt so populistisch, aber wenn man sich einfach anguckt, wie jetzt der politische Streit innerhalb der Ampel zum Abschluss abläuft, dann muss sich ja bloß die AfD daneben setzen und muss lächeln und warten, dass die nächste Umfrage kommt. Und da heißt es, also bessere Politik heißt nicht, jetzt die Wundertüte ausschütten und ganz viel Geld ausgeben, sondern heißt, einen Job machen, der die Leute wieder dazu bringt, Vertrauen in die Politik zu finden. Das hast du so schön gesagt, Martin, dem habe ich gar nichts hinzuzufügen, du hast vollkommen recht. Eigentlich müssen wir uns streiten, aber ich finde das vollkommen recht. Ja Martin, eins müssen wir aber noch abräumen. Diese AfD beschäftigt uns ja noch eine ganze Weile, aber mal ganz was anderes. Wir haben eine Mail von Herrn Dallmann aus Leipzig bekommen, die will ich nicht unerwähnt lassen und einfach weiterreichen. Ist ein ganz anderes Thema, aber nicht uninteressant, weil hinter dieser ganzen AfD wabert ja auch noch eine gewisse Sarah Wagenknecht, die mit einer eigenen Partei kommen könnte und ihr habt ja in Thüringen schon mal hier gefragt, ihr könnt ihr bis zu 25 Prozent bekommen. Und Herr Dallmann fragt nun also, Frau Wagenknecht und auch ihre Getreuen, die schon im Bundestag sitzen, haben ja kein Direktmandat, weil die drei Direktmandate, die kommen zweimal aus Berlin, einmal aus Leipzig und Sarah Wagenknecht ist also über die Landesliste der Partei in den Bundestag eingezogen. Wäre es daher nicht logisch, dass wenn sie die Partei verlässt, also aus der Linkspartei rausgeht, dass die auch ihr Bundestagsmandat verliert, genauso ihre Anhänger, Klaus Ernst und Co. Weil die frei werdenden Plätze würden dann durch Nachfolgekandidatinnen aufgefüllt, sonst würde ja das Absurdum eintreten, dass eine Partei als Gruppe in den Bundestag einzieht, die zur Bundestagswahl gar nicht angetreten ist, also auch gar nicht gewählt wurde. Und das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, schreibt Herr Dallmann aus Leipzig. Ich frage dich das deshalb, weil ihr hattet das hier nämlich schon in Thüringen. Also es gibt es immer mal wieder in Parlamenten, dass Leute sich verstreiten, mit ihrer Fraktion oder mit ihrer Partei austreten und dann fraktionslose Abgeordnete sind, zum Beispiel. Gab es auch im Bundestag schon vor. Frau Wagenknecht ist ja noch gar nicht ausgetreten aus der Linkspartei, sie hat es ja nur vielleicht vor. Aber hier gab es in Erfurt schon den Fall, das ist erst wenige Monate her, da ist eine Abgeordnete FDP aus ihrer Fraktion ausgetreten, die hat dann mit drei aus der AfD ausgetretenen Leuten die Gruppe Bürger für Thüringen gegründet. Genau. Und das ist alles nach Recht und Gesetz möglich in Deutschland. Jetzt könnte man sagen, ist das gewollt, wenn man die Verfassung liest, also sowohl das Grundgesetz als auch die Landesverfassung, dann ja, das ist möglich, weil da steht nur was von Abgeordneten und nicht von Parteien und von gar nicht von Fraktionen. Das sind alles nachgeordnete Gesetze. Das heißt, einmal gewählt, bin ich Abgeordneter, entsandt für vier Jahre in das jeweilige Parlament oder fünf und ab dann kann ich machen, was ich will. Genau. Und das Problem, was wir in Deutschland natürlich haben, ein Problem ist, dass das eine kognitive Dissonanz auslöst, weil die Hälfte von den Abgeordneten Listen abgeordnet sind, also dezidiert über die Parteiliste eingezogen sind und die andere ist direkt gewählt. Ich glaube, der Herr Dallmann würde nicht in Frage stellen, wenn jemand direkt in seinem Wahlkreis gewählt ist und dann aus der Parteiausschritt sagen würde, jetzt muss er aber sein Mandat abgeben, sondern er meint ja, es sind ja Leute, die über die Liste eingezogen sind. Die werden aber vor dem Grundgesetz und der Landesverfassung gleich behandelt. Es sind Abgeordnete mit einem freien Mandat und sind nur sich selbst und ihrem Gewissen verpflichtet und müssen dem Gemeinwohl dienen, aber sie sind nicht verpflichtet, einer Partei anzugehören, sie sind auch nicht verpflichtet, in irgendeiner Fraktion anzugehören, weil das ist der Grundgedanke, die sind als Repräsentanten des Volkes nur sich selbst und ihrem Gewissen verpflichtet. Das kann man jetzt als Praxis fern sehen und kann sagen, das läuft doch eigentlich ganz anders. Ist eine Diskussion, die schon auf ganz vielen Ebenen so geführt wird. Ich glaube nur, der Grundgedanke ist trotzdem richtig, weil das die Abgeordneten schon innerhalb auch ihrer Fraktion mit einer gewissen Selbstständigkeit versieht und nicht völlig abhängig macht von den Parteien, sondern es gibt ja schon dann immer noch Bewegungen, auch immerhalb von Fraktionen, die wir oft nicht mitbekommen und das ist ganz wichtig, damit eine Politik noch frei entstehen kann. Kritik, Anregungen, Hinweise können Sie uns schicken an wahlkreis-ost at mdr.de wahlkreis-ost at mdr.de Mein Dank geht an Martin Debes, den Chefreporter der Thüringer Allgemeine, der uns heute an die Hand genommen hat und durch diesen politisch anspruchsvollen, aber auch durchaus interessanten, ist ja nicht so langweilig wie in so einem Westbundesland, wenn Schwarz und Grün deutlich über 50% liegen. Genau, das ist immer lustig. Wir hören uns in drei Wochen wieder, Anja, komm gut, die Zeit, drei Wochen deshalb, weil jetzt sind erstmal Herbstferien in Sachsen, da muss ich mich auch mal ein bisschen erholen, auch von der AfD. Viel Spaß. Anja, bis dahin, tschüss. Tschüss, ciao. Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.